Aufgabe B1.5 Im Dreieck A3B3C ist der Punkt F3 Element A3B3 der Fußpunkt der Höhe F3C. Der Winkel F3CB3 hat das Maß 32 Grad. Zeichnen Sie das Dreieck A3B3C in das Koordinatensystem zu 1,1 ein und berechnen Sie so dann die x-Koordinate des Punktes B3. Was soll gemacht werden? Wir suchen ein neues Dreieck A3B3C, dessen Punkt F3 Fußpunkt der Höhe ist und zusätzlich ist ein Winkel gegeben. Gehen wir erstmal an die Höhe. Wir wissen ja, alle Strecken A, N, B, N liegen parallel zur x-Achse. Damit ist die Höhe auch ungefähr erkennbar, nämlich von Punkt C senkrecht nach unten. Irgendwo hier muss der Punkt F3 liegen. Weiter wissen wir, dass der Winkel von F3CB3 32 Grad ergeben muss. Auch dieser Winkel ist schon zeichenbar. Damit erhalten wir den Punkt B3. Dadurch können wir sofort den Punkt A3 einzeichnen, weil er genau 6 Längeneinheiten von B3 entfernt liegt. Und dann erhalten wir hier den Höhenfußpunkt F3. Wir wissen, hier ist ein rechter Winkel und das Dreieck ist fertig gezeichnet. Weiter soll man die Koordinaten des Punktes B3 berechnen. Nun, wie das funktioniert, dazu müssen wir uns folgendes überlegen. Jede Strecke lässt sich zu einer Geraden erweitern. So auch die Strecke CB3. Und wir erhalten eine Gerade, die durch die Punkte C und B3 verläuft. Der Schnittpunkt dieser Geraden durch C und B3 mit der Parabel P gibt also uns die Koordinaten von C und von B3 aus. C kennen wir schon, B3 würden wir dadurch erhalten. Wir brauchen also die Geradengleichung. Der Gerade durch C und B3. Wir erinnern uns, die allgemeine Form ist y ist gleich m mal x plus t. Wenn wir auf Seite 12 der Formelsendung schauen, haben wir auch dort die ganzen Informationen über lineare Funktionen beziehungsweise eben die Geraden. Unter anderem auch die Punktsteigungsform. mit y ist gleich m mal Klammer auf x minus jetzt kommt die bekannte x-Koordinate eines Punktes. Punkt C ist auf der Geraden und ist uns bekannt. Also xc plus y-Koordinate des bekannten Punktes yc. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Steigung m. Auch aus der Formelsendung sehen wir, die Steigung m lässt sich berechnen aus dem Tangens, hier steht jetzt Tangens Alpha. Nun müssen wir uns überlegen, wo liegt dieser Winkel Alpha? Dieser Winkel Alpha ist der Winkel, der von der x-Achse beziehungsweise einer Parallelen von der x-Achse und der Geraden eingeschlossen wird. Ziehen wir eine Geraden gerade durch die Punkte a3 und b3, so erhalten wir eine Parallele zur x-Achse. Und dieser Winkel, der von dieser Parallelen sowie von der Geraden eingeschlossen wird, ist unser gesuchter Winkel Alpha, den wir für die Steigung brauchen. Nun, wir kommen hier auf Alpha. Dazu müssen wir zurück auf das Dreieck f3, b3, c. Wir kennen den Winkel f3, c, b3 mit 32 Grad aus der Angabe. Wir wissen, ein 90 Grad Winkel ist bei f3, also ist der Winkel c, b3, f3 über die Innenwinkelsumme berechenbar. nämlich mit 180 Grad minus 90 Grad minus 32 Grad. Und das sind 58 Grad. also lässt sich der Winkel Alpha wie folgt berechnen. Winkel Alpha ist Nebenwinkel dieses Winkels c, b3, f3, also nichts anderes als 180 Grad minus 58 Grad. Und das sind 122 Grad. Gut. Setzen wir jetzt die bekannten Größen, äh, wir müssen noch die Steigung ausrechnen. Also Tangents von 122 Grad. Und das sind minus 1,60. So, jetzt können wir die bekannten Größen in unsere Punktsteigungsform einsetzen. Hier nochmal die Punktsteigungsform. m mal Klammer auf x minus bekannte x-Koordinate von c plus bekannte y-Koordinate von c. Setzen wir ein. y ist gleich minus 1,60 mal Klammer auf x minus die x-Koordinate von c war 4 plus die y-Koordinate von c ist 7. Vereinfachen wir das noch. Minus 1,60 x minus mal minus e plus und 1,6 mal 4 sind 6,4 plus die 7. Nochmal vereinfachen zu 1,6 x plus 13,4. Damit haben wir jetzt die Geradengleichung. Diese Geradengleichung muss jetzt mit der Parabelgleichung geschnitten werden. Also folgt daraus. minus 1,6 plus 13,4 ist gleich jetzt die Parabelgleichung 0,25x² plus x plus 7. Diese Gleichung, diese quadratische Gleichung wäre jetzt wieder mit Hilfe des Grafiksolvers lösbar oder auch wieder über Kalk und die Intersection-Funktion. Wobei man für y1 eben die Geradengleichung eingibt und für y2 die Parabelgleichung Wir lösen aber wieder mit Hilfe der Lösungsformel. Das heißt, wir bringen alle Zahlen auf eine Seite und auf die andere Seite bleibt nur 0 übrig. Sprich, wir bringen auf die allgemeine Form. Das wären dann 0,25x² minus 2,6x plus 6,4 ist gleich 0. Entspricht der Form ax² plus bx plus c gleich 0. Auch hier können wir jetzt wieder den Taschenrechner einsetzen über Tool Poly 2 und den Taschenrechner die Schnittpunkte ausrechnen lassen. Wir setzen aber, wie gesagt, unsere Lösungsformel an. Das heißt, wir berechnen erst die Diskriminante mit b² minus 4 mal a mal c. Das heißt, minus 2,6 zum Quadrat Bitte die Klammer nicht vergessen minus 4 mal 0,25 mal 6,4 und das gibt ein Wert von 0,36. Die Diskriminante ist positiv. Damit gibt es zwei Lösungen. Die erste Lösung lässt sich berechnen durch x1 ist gleich minus b plus Wurzel aus d geteilt durch 2a. Also minus 2 kann 6 plus die Wurzel aus 0,36 geteilt durch 2 mal 0,25. Und dadurch erhalten wir uns ersten Schnittpunkt von 4. x2 lässt sich ähnlich berechnen. Minus b allerdings mit Minus der Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a Das sind wieder minus minus 2,6 plus Wurzel aus 0,36 geteilt durch 2 mal 0,25 und das ergibt ein Wert von 6,4. Aus der Aufgabe 1,2 ist jedoch bekannt dass x größer sein muss als 4 Sprich unsere erste Lösung fällt heraus Ich möchte ein bisschen überlegen x gleich 4 wäre auch die Koordinaten von c und damit bleibt x gleich 6,4 nur für den Punkt b3 übrig K EXTREME